Wasch, entdeckt. Ziel zeigen, C. Da oben ist das Ziel. Wir drücken mal F1, einfach nur zur Beruhigung. Ich hab nämlich ja vorhin eine Schriftrolle eingesammelt. Ja, 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 das hab ich. Und wir haben ein Vögelchen. Kurosu. Haben wir freigeschaltet. Das hier könnte ich machen. Kurosu markiert dein Ziel und behält seinen Standort jederzeit im Auge. Das da find ich gut, das da find ich gut. Aber das find ich auch richtig gut. Das find ich auch gut, das ist ja so gemein. Ach man, das ist so cool, die ganzen Fähigkeiten. Kunai aus Schatten brauche ich auch. Ich will alles haben. Aber ich soll ja nicht töten. Mann. Gut. Wir wissen, wo wir hin müssen. Ich darf nicht töten. Soll ich das machen? Kann ich mich hier hinten verstecken? Nein, kann ich nicht. Ich muss den doch umnieten. Der sieht mich doch sonst. Wie soll ich denn das sonst machen? Bis jetzt sieht er mich nicht. Ich bin verwirrt. Jetzt ist gerade mehr Schatten da. Was zur Hölle? Gut. Schön. Ich versuche wirklich niemanden umzubringen, okay? Ich geb mir echt Mühe. Gut. Hallo, Pilz. Boah, der leuchtet aber echt. Meinte, ich habe irgendwo eine Schriftrolle ver... Ist da unten eine Schriftrolle? Da ist nur noch eine Wache. Das war ein Opfer, Alter, aber ich sehe keine Schriftrolle. Weil das war echt kackig. Wow. Na, geh weg. Ja, super. Hat super funktioniert. Da ist eine Schriftrolle! Da ist eine leuchtende... Nein! Wie soll ich das machen? Hier sind zwei Typen. Wie soll ich das machen, ohne sie nicht umzubringen? Okay, okay. Es kann nicht so schwer sein. Wie schwer kann es sein? Wie schwer kann es nun sein, jemanden am Leben zu lassen, oder? Äh, 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 erst mal hier rein. Erst mal hier rein. Sicherheit, Sicherheit. Sicherheit geht vor. Wo ist denn der andere Dödel jetzt gerade hingelatscht? Ich sehe nix, ich... Okay, das ist 22 Meter noch. Cool. Ich gehe ohne diese Schriftrolle keinen Meter. Ich darf den alten hier nicht umbringen. Und wo ist der andere Knabe? Ich bin gerade so gut durchgekommen und ich habe niemanden getötet. Ich habe niemanden... Da ist der Nächste, okay. Der Penner, ich hatte sie fast. Warum bist du da? Geh weg. Ich hatte sie fast. Lauf doch, Opa. Geh weg. Dickmann, ich habe nicht die ganze Abendzeit hier. Ha, 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 ha. Ich bin awesome. Scheiße. Wie komme ich da drüben hin, ohne gesehen zu werden? Scheiße. 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 Jetzt geht er hoch, Alter. Er geht nicht hoch, er geht nicht hoch. Geh hoch. Boah. Atmen. Hahaha. Ja. Ihr Penner, ihr seht mich nie wieder. Gott, ey. Nein, Brotwolf. Wir haben schon in den ersten beiden Missionen alle umgebracht. Jetzt wird keiner mehr getötet. Wobei, zählt das noch? Zu dem Anfangsding? Ich weiß es gar nicht mehr. Hoffentlich nicht. Ich gebe mir gerade so Mühe. Ey, wenn ich da runterspringe, bin ich tot. Geht's noch? Dort gerade. Ja. Ja. Ach, Gott sei Dank. Bin ich da nicht runtergesprungen? Nein. Nein. Hör auf dich. Nein. Hör auf dich zu teleportieren, Alter. Lass mich in Ruhe. Boah, ey. Wer baut denn sowas? Ja, klar. Die wollen mich ärgern. Guckt ihr das an? Nein. Nein. Das war so gemein. Ich war doch schon drüben. Das hat er mit Absicht gemacht. Nur um mich zu ärgern. War schon drüben. Das wäre so episch gewesen, wenn ich das gleich beim ersten Mal geschafft hätte. Du bist voll gemein, Aragami. Das hast du mit Absicht gemacht. Ich war schon drüben. Nein. Man geht da. Never touch a running pistol. Dann töte in der nächsten Mission alle. Danke. Ja, ja. Ich geb mir Mühe. Ja, sieht man doch, oder? Mann. Hätten, ich häng jetzt vier Stunden an dem blöden Ding hier. Nur weil der Penner nicht richtig wusch macht. Jetzt. Ich. Es reicht. Ich bin schon vier Kilometer drüber. An was hängt denn der Knabe? Alles gut. Mir geht's gut. Ich bin locker. Locker. Lockig. Ich. Oh, Alter. Wenn ich jetzt gestorben wäre, ich glaub. Ja. Alles gut. Mir geht's gut. Du wüsstest, ich dachte, das wäre eine Schriftrolle. Was ist das? Schriftrolle. Ich hab echt voll das Gespür hier für Schriftrollen. Super. Gut. F1. Wir können was kaufen. Glaub ich doch. Ja, guck mal. Das können wir kaufen. Das können wir kaufen. Applaus. Ihr seid so gemein, spielt selber. So. Ähm. Ja. Was kaufen wir uns denn? Verleiht Aagami kurzzeitige Unsichtbarkeit. Erschaffe einen Köder, um nahe Feinde abzulenken. Enttöle nahe Feinde durch Wände und undurchsichtige Oberflächen. Ich will das Schattenkunai haben. Wirf eine Welle aus Schatten vor dich, um eine Gruppe von Feinden vor dir zu blenden. Stelle eine Falle auf, die ausgelöst werden und mehrere Gegner auf einen Schlag töten kann. Boah, das will ich auch haben. Cool. 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 Ich wollte aber keinen mehr töten. Wir dürfen keinen töten. Also muss ich was kaufen, was keinen tötet. Ich will... Ich habe keine Ahnung. Eigentlich will ich das hier haben, weil da kommt eine Bestie, eine Schattenbestie. Das ist voll cool. Wenn ich noch eins hole, kann ich denn gleich das kaufen? Oder muss ich jetzt das kaufen und dann kann ich das kaufen? Ja, so viele Fragen, so wenig Antworten. Dann gucken wir, dann holen wir uns noch eine und dann schauen wir. Du hast eine sehr schöne Stimme. Danke. Danke, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Wir dürfen keinen töten. So. Das muss ich immer wieder mir sagen, damit ich es nicht vergesse. Keinen töten. Rang B! Ich wurde doch nie entdeckt. Was soll das? Oder wurde ich entdeckt? Und ich habe keine Feinde getötet. Habe ich einen getötet? Da, getötete Feinde, 15 von... Ach so! Das war ja die Mission, wo ich alle vorne abgeschlachtet habe. Okay, Entschuldigung. Ja, hättest besser als zu früher eingeschaltet. Ups. Ja, ich habe kurzzeitig gedacht, dass... Das einmal entdeckt. Gefundene Leichen, 3. Wachen aufmerksam, ganz seit 16. Gefundene, sagen wir mal, 4 von 4. Boah, wir sind gut. Ich bin gut. Guck mal, 4 von 4. Guck mal, 4 von 4. So. So. Null von Null. Gut. Guck, da habe ich alle getötet. Alle. Deswegen habe ich den Dämon bekommen. Und das hier will ich jetzt nochmal probieren. Ich will unentdeckt bleiben und keinen töten. Ich schaffe das. Krieg das hin. Ich krieg das hin. Für alle die... Entschuldigung. So, die, da, da. Das haben wir schon. Danke. Komm. Zeig mal, mach mal, nochmal. Ja, sicher. Ja, alles gut. Wir haben das alles gelesen. Ganz komische Sachen sehe ich. Und du bist auch nicht so ganz echt. So. Wir müssen die Fähigkeit freischalten. Habe ich die Fähigkeit? Ja, ich habe die Fähigkeit. Wir schalten hier gar nichts frei. Wir haben die Fähigkeit schon. Wusch, da durch. Ja, ja. Ähm, hallo. Achso. Oh, Mann. Ab in die Schatten. Aufladen. Durchwitschen. Schwarz machen. Wusch. Und jetzt niemanden töten. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ja, wir müssen da drüben rein. Ja, ja, ja. Ich weiß. Ich weiß. Das kriege ich hin. Das kriege ich alles hin. Wir werden alle sterben. Also wir nicht. Böse werden die anderen wieder alle sterben. Da steht ein Gibi. Das ist nicht so cool. Wenn ich hier oben draufstehe, bin ich denn im Schatten? Nein. Wusch, jetzt bin ich im Schatten. Scheiße. Da ist kein Schatten gewesen. Warum war da kein Schatten gerade? Wusch. Geh weg. Geh weg. Mann. Mann. Mist, Mist, Mist. Nein, du hast mich nicht gesehen, hau ab! Leck mich, der hat mich nicht gesehen. Scheiße, Scheiße, Hilfe! La la la, ihr habt mich alle nicht gesehen. Ha ha ha, ihr Noobs, ihr seid falsch, ihr Noobs. Oh Scheiße. Ich komme nicht hin, ich komme doch nicht hin. Ja ja ja, komm. Ja ha ha, speichern, er speichert. Ich bin voll cool, ich bin so cool. Usch und usch. Usch. Ich leuchte nicht. Niemand leuchtet hier. Ha. Lauf, Mann! Das will keiner hören! Jetzt hab ich noch alles gehört. So! Ihr könnt weiter labern. Ich hol mir kurz den Raben. Hallo, Rabe! So! Ich hab schon wieder vergessen, wie der heißt. Kuro-san, irgendwas. Folge dem Raben! Wusch. Wusch. Das macht voll Spaß, nochmal so. Ich hab's voll raus hier, die Teleportations-Dings. Wie soll ich da drüben hin, ohne dass mich jemand sieht? Sind die noch ganz sauber? So, ich warte jetzt. Dann gehe ich nach unten und dann muss ich ganz schnell nach oben durch-teleportieren. Sonst bin ich Hackfleisch. Ja! Ah, ha, 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 nein! Ich bin nicht der Verliebungs-Turst. Ja, ja. Scheiße, jetzt hat er mich entdeckt! Kacke! Nein! Nein! Eigentlich muss ich abbrechen. Mist, jetzt kann ich nur noch dieses Dumme von wegen ich hab keine getötet-Scheiß-Kriegen. Das regt voll auf! Warum ist die Mission noch so scheiß lang? Mist, verdammte Axt! Mann! Das regt mich grad voll auf! Blöder Sack, warum stand da auch jemand? Töte ihn! Ja, würde ich am liebsten. Das mach ich nächstes Mal. Wir haben gesagt, wir töten jetzt bei der Mission grad keinen. So, schwarz machen. Oh Gott, der ist schon wieder, hat schon wieder keine Power! Go, go, Power Ranger! Guck mal, ich glaube ich bin ein bisschen grün. Wusch! Wusch! Könntest du mal bitte... Dankeschön! Wir haben den Rahmen gefunden! Und es regt grad voll auf! Hoffentlich hat er das nicht gespeichert. Das wär voll gemein! So, jetzt erleben wir das mal in zwei unterschiedlichen, äh, Dingern. Das eine ist, dass wir die ganze Zeit alle abmetzeln. Und das andere ist, wir wirklich alle verschonen und nur das machen, was von dir verlangt wird. Und ich muss sagen, abmetzeln macht viel mehr Spaß. So, der Dovorabe sagt mir, dass ich nach oben muss. Das war hier nicht... Ach ne, hab ich ja schon alle gefunden. Jetzt mal im Ernst hier. Wusch! Wusch! Ich hab's voll drauf. Ich kann aber nicht warten. Ich bin so ein Typ, ich... Kann übel scheiße warten, ja. Ach mann! Ich kann nicht warten, selbst schuld. Ich hab mich sowieso schon gesehen gehabt, also ist es egal. Voll egal! Lauf! Wenn ich jetzt das mache, dann könnte ich es noch schaffen. Bevor der läuft. Jaaa! Jaaa! Oh man, jetzt steht der da. Nicht im Ernst, oder? Alter, lauf man! Hast du nichts zu tun? Dankeschön. Schriftvolle habe ich schon. Ich komm nicht so weit. Verdammt! Na, und was machst du so? Ja, ich steh hier öfter in den Schatten rum. Lies komische Texttafeln. Guck mir Typen mit leuchtenden... Tätowierungen an. Sieht echt toll aus, guck mal. Könntest du einfach weggehen? Hau doch ab! Beweg dich! Der bewegt sich nicht. Das gibt's nicht. Echt, ey. Ähm, wir sind voll gearscht. Und was? Lalala, sieht mich keiner. Laladadada! Jaaa! Alter! Ja! Yay! Ich bin voll cool! So. So, jetzt kommt die dumme Passage. Mal gucken, wie oft ich hätte sterben. Bestimmt nur dreimal. Boah! Boah! Alter! Ich bin voll krass! Ich bin so krass, Mann! So. Weiter geht's! Weiter geht's! Wusch! Geschafft! Und? Ja! Was? Wie? Ich wurde doch andauernd entdeckt. Geht's noch? Keine Feine getötet! Yay! Rang-S, wir sind so cool! Yay! Wachen aufmerksam gemacht. Ich wurde nie entdeckt. Was? Okay. Hey, ich hab nur neun Minuten gebraucht. Boah, das war krass. Ja, genau. Ja, Brotwolf, ich bin die ganze Woche da. Wann nicht? Von morgens bis abends. Morgen ist Donnerstag, oder? Morgen könnte ich nochmal streamen. Aber erst ab... Ab sieben könnte ich morgen nochmal streamen. Ähm, ja. Kommt Freitag, weiß ich's noch nicht. Kommt Freitag, weiß ich's noch nicht. Nicht mehr. Einerseits. Kommt gedretern. Ich versuche mich noch nicht mal zu klamen. Vielen Dank.